Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lego Star Wars, die komplette Saga, Episode 3 Level 4 Und ja, ich würde es ein langes Level werden Wir reisen jetzt auf Kashyyyk, den Baumplaneten, die sind von Chewbacca Und hier ist es also, Kashyyyk ist die Heimat der Wookies Und die gleiche, gleich wäre das ein bisschen dramatisch So, wir waren ein Idiot am Start, wohne schlecht Und ja, die sind jetzt heftig, Freunde So, wir sind hier die Kohle, die ganz uns ne Die helfen uns Also, wir sind hier Wir sind jetzt hier dann, die geht es gleich richtig ab Also aufgepasst. Er ist ein Moral und ein Imperator. Und wir führen uns nun den Kopf ab. Das heißt, die Klone haben hier 366 bekommen. Das bedeutet, es töten die Allerjenige der Pflanzes. Wir werden am Ende erleben. Also stemmen auch alle Jedi. Zawoda und Zawal, glaube ich. Und ein Endgeneral. Aber ich bin ja noch zu Dachwader, wie alle wissen. Es sind nur drei Jedi, die wir erlebt haben. Und andere sind alle. Na. Wenn ich es mit dem Kopf habe. Ich sehe nur noch diese anderen Geschichten davon. Und andere Bücher und so. Na. Die vielleicht etwas anderes bauen. Oder so. Komm jetzt oder so. Aber meine wissen, das sind alle Jedi. Und so. Das ist ja nur ein Jedi. Das ist ja. So. Dann könnt ihr einsamer hier. So, die Bagger. Wird. Die Bagger kennt ihr von euch auch, ne? So. Der Dritte fährt davon. So. 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 die anderen Wookies ich bin jetzt hier oder 66 hier war schon krass wie dramatisch was von die ganzen Tag für uns so na und jetzt alle gegen uns die frage wo gibt es die andere Wookies ich weiß es gar nicht schon hier ne so eine kurze Maschine da gibt es irgendwie da hinten ich bin jetzt einfach mal ich bringe aber die ganze Zeit war ja gut, dass es langsam ist ich bin jetzt hier warst das warst du warst vor allem was es ich bin jetzt ich will aber mich ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt schübacher doch das soll von allem einfach raus dann läuft das das hat die Schübacher der Iola schon echt krass die Bewegung krass ist hier die allerzeit das ist falsch so jeder wird er geht nicht im Stock bei dem die 800 Jahre alt ist spät jetzt unbekannt 800 Jahre alt werden das noch raus nicht können 800 weil ab war am Ende wo dann noch 900 Jahre alt ich bin mal gelesen gehabt Strandparty hier auf jeden Fall ich schalte einfach hier durch draußen das war ein Verface mit den Leute weil mit wirkt mehr Strandparty hier so boah gerne mit mir ich bin mal wegen dem Sieg verkacken so ne so schau ich jetzt muss er diese Bumme immer hier zerstören jetzt war eh hier schau ich hoch so und so dann mal durch und ich dachte ich dachte man muss sie auch scheiße und jetzt ja nicht zu wissen spieler muss sie ausschalten ich hoffe wir sind schon hier durch hinten ist nachgeworfen wie es in die nacht da rein und das ist eine gute zeit für eine standpartie das war so die hat hier ist wie hier ich habe mich auch so liegen so entstehen im blau und Man... Ich mach jetzt hier mal genau hier einfach so aus. Boom. Ich muss jetzt hier noch einsteigen, komm. Geht ihr mal weg hier. Das soll ich noch ganz gerne? Ich bin ein 2, Nier 1, 2, 1 Oh, das ist ein Oh Ups Ich hoffe, die Barre kommt hinterher Sehr gut Na Das ist die Weile, die wir haben. Das ist die Weile, die wir haben. Ich bin in diesem Video. Außer nicht. Das ist einfach weg. Wie geht es, wo wir sagen können? Okay, hier ist es noch. Ach Scheiße, das tut. Ich bin hier vergangen. So. So. So und so. So und so. Wie hat man das? Ich will noch kaputt schauen hier. Sehr gut. Ich wollte hier mal ganz fix. Ich würde hier mal eben erstmal in den Milch. Okay. Dieser Raumschiff. Startbereit. Und die Oma flüttet erstmal hier, ne? Bye-bye. Gut. Aber wir gehen dann doch jetzt nicht so lange, wie ich gedacht habe. Das ist gut. Gut. Ich glaube, das ist das gewesen in dieser Folge. Ich habe mich gefallen. Dann lass dir die Beziehung da nicht vergessen. Und tschüss. Ich würde noch mal wieder wissen. немion